Die Arcturianer zum Thema Freiheit. Wir verstehen, dass ihr euch nicht frei fühlt in der Welt, die ihr erlebt und seht. Ihr bemerkt nicht, dass die Welt, die ihr seht und erlebt, von euch erfunden ist. Ihr glaubt, dass euer Fühlen und euer Denken eine Reaktion auf die Welt ist, die ihr beobachtet. Und doch ist es genau anders herum. Die Welt, die ihr seht und beobachtet, habt ihr erschaffen mit euren Gedanken und Gefühlen. Wir machen den gleichen Prozess. Auch wir haben reale Welten, die für uns real sind. Und je mehr wir diese verlassen, umso noch näher kommen wir anderen Wesen in noch höheren Dimensionen. Und umso mehr verlieren auch unsere realen Welten, die aus eurer Sicht sehr feinstofflich sind, ihre Konturen. Du glaubst, dass Freiheit die Freiheit von dem ist, was du tust, was du denkst, was auf der Handlungsebene. Und das sind die Anfänge. Und doch, wenn dir klar wird, dass du, dass all diese Handlungen in einer Welt stattfinden, die du erfunden hast, weißt du, was wahre Freiheit ist. Das ist die Anfänge. Und da gibt es die Anfänge. Und da gibt es die Anfänge. Untertitelung des ZDF, 2020